Hallo, ich bin der Ronald, Jeanscake und ich bin die Micha. Grüß euch. Wir stellen euch heute die Novemberstaffel vor. Edna, Lava, Staub und Magna, kennst du die Stadt Pompeji, sag mal. Die Erde schmuckt Feuer, dein großes Ungeheuer. Freu dich auf das supertolle Wissensposter Vulcano. Halloween-Schminke, Make-up, Hanna. Bei Messi sind Tattoos der Ränger. Wer schmückt sich wie? Geht's weg oder nie? Die Welt rein. Jetzt finden wir uns körperlich. Aber wir haben noch mehr. Sportlich geht es auf die Insel. Das ist kein Sport für feine Pinsel. Ein Ball wie ein Ei, kommt, sei dabei. Bei Rugby und American Football. In der neuen Novemberstaffette. Viel Spaß beim Lesen. Ciao. Tschüss. LEAAA Auch der Föresie. 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 Ja. ÄH... Vielen Dank.